Überragend. Da werden wir wohl kaum durchkommen. Kein Messer, um das aufzubrechen. Kein gar nichts. Kraut? Okay. Das ist eher unwünstig. Vielen Dank. Ich frage mich gerade, wie lange das... What the fuck here? So, jetzt werden wir uns da vorbeischleichen. Pistole, zwei Schuss. Oh, sogar eine andere Pistole als die vorher. Okay, speichern. Nach Ethan suchen. Ich glaube, der Ethan-Suchen-Teil ist eigentlich abgeschlossen. Ehrlich gesagt, kriegen wir die mit... Kriegen wir das vier da draußen mit zwei Schuss weg? Oh, das ist echt sehr angenehm. Ich werde einen Schuss auf jeden Fall als Opfer und die Kiste da hinten aufbrechen. Schießpulver. Okay. Oh, fuck. Ich nehme blöde Ideen für fünf Euro. Hallo. Alles gut. Nicht stören lassen. Okay. Trick 17. Schusswrack 1F. Oh Gott. Wenn ihr jetzt mit einem Untergrundkomplex unter dem Schiff kommt, dann rufe ich so hart Bullshit, dass es jeder hören wird. In diesem ganzen verfickten Scheißkopf. Aufzug. Ja, unbedingt. Bestimmt. Wir haben auch hier den Schatten von Mia. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Okay. 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 Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit in der Schwarzen Lagune. Okay. Munition. Chemikalien. Andere nützliche Dinge. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief sich erreicht haben, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig. Jeden Tag nur dasselbe alte mehr. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Das ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit einem Käpten verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit einem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Käpten gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermische dich, liebe Jim. Okay. Okay. Dann rennen wir eben nochmal ein bisschen. Hallo. 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 Rennen, 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 rennen. Im Kreis, offensichtlich. Fuck. Was soll ich hier? Unsinn. Okay, ich würde sagen, wir müssen den Aufzug wieder zum Laufen bekommen. Ich bezweifle, dass wir das wegschieben können. Okay. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern eine Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nicke hier in meiner Koje. Oh mein Gott, läuft das hier im Hinblick und weiter. Ich war schon halb eingeschlagen, als ich ein Kind oder ein kleines Mädchen lachen hörte. Oder habe ich mir das noch eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Tag. Du, eine Ingenieurin kam ein und sagte, Fuck! Du solltest das doch lesen, Alter! Ich kann erklären, wer das hier designt hat. Dass das im Hintergrund weiterläuft. Fuck! Nichts! Mehrzwecksicherung! Okay! Vielen Dank! Das kann doch alles nicht wahr sein! Ich habe dazu, das Ding noch fertig zu lesen. So. Das hat das Gesicht aus. Eine Ausschreitung, wo nach unten die Nachszenne kam nie zurück. So ging 1950, hörte ich einen Schreik ins Waschraum nachziehen und sah, wie Clark von einer echt schwarzen Monster gefressen wurde. Kam der zu große, heimliche Zähne im Kiefer. Ich schriebe ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Okay. Und dann hast du dich hingesetzt und hast das alles aufgeschrieben. Verstehe. Wäre auch das erste gewesen, was ich getan hätte. Und dann hast du dich nicht dran rütteln. Mach die Sicherung da rein. Okay. Kontrollraum. Captain's Cabin. Warum ist das alles echt komplett... Nein, warte. Wir gehen nach oben, nicht nach unten. 2F, 3F, 4F. Okay. Okay. Meinetwegen. Von der anderen Seite verschlossen. Oh Gott sei Dank, wir müssen hier nicht jedes Stockwerk durchklappern. Ich dachte schon. Ja. Es geht straight nach oben. Direkt in die Kabine des Käpt'ns. Oder auch nicht. Das können wir nicht wegschieben. Wirklich. Fuck me. Oh nein. Nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fucking hell. That was so creepy. Na dann. Test Subject E001. C-Transport Lock Top Secret. Mia Winters. Ah, okay. Alan, you're getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah. It is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you. It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Okay. 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 Abteilung für Spezialeinsätze. Evie. Und Verdächtigung zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evie. Evalents Zustand mit dem bereitgestellten Genom Codex. Sollten Sie eine Mission... Sollte die Mission irreversible erscheinen. Und wie nur... Übersetzungsfehler. Und wiederruflich scheitern ist Evie zu beseitigen. Maschinengewehrmunition. Cool. Okay. She's close. Cool, ich zeige dir Entfernung zum Ziel. Ich sollte mich erst auf diesem Deck rumschauen. Okay. Müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Okay. Kraut. Okay. Das kann ja nicht verwendet werden. Das gleiche? Hä? Von der anderen Seite verschlossen. Überragend. Noch mehr Pillen? Ah, fuck. Kann ich auf den Scheiß schießen? Ah, ich riecht gar nichts an. Ah. Barry? What the fuck? Ich war doch nicht erst nach diesem Secken schauen. Das ist doch Unsinn. Ich laufe doch nur im Kreis. Was soll denn das? Das ist doch die Tür, die hier in der Abweite verschlossen ist. Muss ich das verstehen? Was kommt da bitte rein? Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Hey du, irgendwelche Vorschläge? Nein, offensichtlich nicht. Was soll ich mit Gesichter und Tischplatte landen? Ist auch okay. Ich verstehe es nicht. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Der anderen Seite verschlossen. Was kommt da rein? Wo ist die Kuh von dem Kahn? Und wenn Evie ein Experiment von irgendjemandem war, von irgendeiner Scheißfirma, wieso, wieso machen die dann keinen richtigen Transporter daraus, sondern so ein Mist? Kann ja nicht verwendet werden. Kann ja nicht verwendet werden. Keine Ahnung. Das macht doch alles keinen Sinn. Ich hab mich auf diesem Deck umgesehen. Schienengewehr-Munition. Ah, oh mein Gott. Sie übergibt sich. Das kommt aus der Hand. Aufzug. Okay. Aha. Jetzt können wir mit dem Aufzug fahren. Ah. Ah. Schön lieb sein. Schönen Umfeld machen. Ah. Cool. Wann wieder näher. Es ist auch schön, immer. Easy as pie. Okay. Ow. Oh. Fucking hell. Nope. Bomben mit Fernsender. Bomben mit Fernsender. Wunderfall. Oh. 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 Vielen Dank.